Hallo liebe BSV-Fans, das ist schon mal hervorragend. Das Bier steht nicht nur am Rauf, ist aber Felssitzung, also auf der Florene. Das Bier steht nicht nur am Rauf, ist aber Felssitzung, also auf der Florene. Das Bier steht nicht nur am Rauf. 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 Geht nicht! So, mal ein kleines Zwischenklarze, der ist der Halbzeit. Körrelust, unglaublich, genial, Tor von Mano, Weltklasse, ich habe es gerade noch mal so auf dem kleinen Hülschuh gesehen, super. Anschließend, wenn, dann 11 Meter, kein Freistoß, war klar im Straßraum. Aber hier sind gute Dinge, wir gucken uns das gleich nochmal in der Zusammenfassung an. Ja, macht Spaß hier. Ja, macht Spaß hier. Ja, macht Spaß hier. Ja, macht Spaß hier. Ja, in der Halbzeit haben wir nochmal diskutiert. Wir haben uns darauf geeinigt, das ist Kunst. Ja, macht Spaß hier. Ja! 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 59. 64 Minute. Tor für die SG Wattenscheid. Torschütze, vor wie ich es erinnern konnte, ist unser Spieler mit der Nummer 2, bei Alexandros Tavides. Damit haben wir auch einen Vorspieler Wattenscheid noch ein übernommen, das kommt 1-2. Wattenscheid! 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 Das war's für heute. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.